Nach einem Leichenfunde am Mittwoch in einer kleinen Ortschaft in Kärntenbezirk Völkermarkt hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun eine Mordermittlung eingeleitet. Die 62-Jährige sah in den Nachtstunden von irgendjemandem am Nachhauseweg niedergeschlagen worden sein, sie kam nicht mehr weiter und er froh, sagte Behördensprecher Markus Kitz am Freitag. Die Leiche wies Gesichtsverletzungen auf, als sie am Mittwoch in der Früh von einem Mädchen auf dem Weg zur Schule entdeckt wurde. Kitz sagt, sie dürfte durch die Verletzungen ohnmächtig geworden sein. Wäre Sommer gewesen, hätte sie vermutlich überlebt. Einen Tatverdächtigen gibt es noch nicht. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Fundort der Toten, 150 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt, auch der Tatort ist. Wir haben keine Hinweise, dass sie an diesem Ort gezerrt wurde. Die Frau war am Dienstagabend noch in der Nachbarschaft unterwegs gewesen. Als sie in den Nachtstunden nach Hause ging, dürfte sie auf den Täter getroffen sein, erklärte Kitz. Zeugen gab es zunächst keine. Wir haben die Nachbarn befragt, niemand hat etwas gehört oder gesehen.